Beziehungsstatus, das ist die Triebfeder des Unilebens. Hat man Sex oder hat man kein... Wow. Darum geht es bei The Facebook. Sie werden beschuldigt, die Sicherheitsbestimmung verletzt zu haben. Eine Million ist nicht cool. Wisst ihr was cooles? Eine Milliarde Dollar. Da steht, wir hätten The Facebook gestohlen. Haben wir? Das ist unsere Zeit!